Guten Morgen. Ich weiß, ich bin spät dran. Normalerweise nichts am Verkehr, aber ich bin zu Fuß. Ich muss wahrscheinlich nicht darauf hinweisen, dass Kunst kein leichtes Thema ist. Ich habe die Absicht, einfach nur zu zeigen, dass die Kopie ihren Wert hat, da sie uns unweigerlich zum Original führt und auf diese Weise ihren Wert belegt. Oh, Sie sind's. Guten Tag. Guten Tag. Ich würde gerne mal raus aus der Stadt, einen kleinen Ausflug machen. Ich kenne da einen Ort, den finden Sie mit Sicherheit. Interessant. Ich finde es unglaublich, dass Sie in meinem Wagen sitzen. Laden Sie mich zu einem Kaffee an? Sie hielt sie offenbar für meinen Ehemann und ich ließ sie in dem Glauben. Offenbar passen wir gut zusammen. Es gibt hier im Ort einen goldenen Baum, wo sich die Braut und der Bräutigam ewige Treue schwören. Wenn Sie glücklich dabei sind und Ihr Leben genießen, sollten wir Ihnen gratulieren. Sie machen sich über mich lustig. Das Einzige, was Ihre Ehe am Leben erhalten wird, ist Zuwendung und Aufmerksamkeit. Aufmerksam wofür? Dass Dinge sich ändern. Alles verändert sich. Aus der Blüte werden Früchte. Und dann? Meine Familie lebt Ihr Leben und ich lebe meins. Was für eine Philosophie soll das sein? Es ist unangemessen zu erwarten, dass wir das Gleiche füreinander empfinden wie dieses frischgebackene Ehepaar da draußen. Nicht nach 15 Jahren. Das Einzige, was sie sich wünscht, ist, dass sie neben ihr gehen und ihr die Hand auf die Schulter legen. Das ist alles, was sie will. Sinn Ihres Lebens besteht nur darin, sich zu vergnügen. Das ist alles, was sie weiß.